Atomball trotzdem was tropft genau tropft Rölde ich auch ich sagte mal oft war wenn er auch wollte Grün hat jemand Kiste gesehen er hat auch da dass ich hab die von mir gekauft das ist ein was auch es muss gerade am Anfang glauben wenn man die Treffer ich kann mit vollautomatischen Sniper nichts anfangen da ist auch Jugger das ist doch ohne Sinn alter liegst du oben oder unten du hast diese Laserwaffe nein hinter dir ja Männer es kommt mal her jetzt und können wir ihn mal retten das ist scheiße wenn man immer stirbt ich bin auf dem Weg ja weil man braucht einmal eine vernünftige Waffe immer einmal gestorben einer Lenk ab das mache ich jetzt und einer muss ihn jetzt retten ok du mach ich das ok mit Mysteries hab ihn am stark danke ich hab das nicht jeweils hier hä ich hab hier einen Zombie der sieht aus wie ein Mensch hä wie wie ein Mensch ich hab mich sogar von ihm schlagen lassen dass er so nah wie möglich an mir dran ist ich muss an die Kiste hier sind nicht nur Männer holt euch mal bitte Jugger ich sag dazu gar nichts mehr holt euch einfach Jugger dann passiert das nicht oder hattest du schon mal Jugger ne 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 hol ich mir jetzt gleich hab ich schon die ganze Zeit der Jugger essen muss naja ich kenn das Lied auch also nicht das genau nicht genau das weil das ist glaub ich ein Remix ja instakill geht doch ich krieg hier nur Sniper weg dickste Babbo hab ich aber auch kein Problem mit wie viel kostet Monikoffen für 490 geile Waffe man guck mal nach mit Tarnung M16 vollautomatisch mit Tarnung 390 sooo geil die MAD alter ich kann es mir immer wieder sagen ich empfehle die einfach jedem pfff ist schon leicht mega nice it's nice MP5 SD mit Schalldämpfer ja zockna leck Zombies alter ich sammel so schön an und dann alle weg er war das nervt ja gell was nervt streitet euch doch nicht um die Zombies, es gibt genug Zombies hier rote Tigerstreifen oder so habe ich sie auch immer gezockt bei CRD4 ich sehe hier noch andere Boxler wo so Schiffe drin sind aber die gehen glaube ich durch sucht auch mal immer Päcke Punch Automaten, ne diese kleinen die hab ich schon geschottelt aber wir gucken nachher auch nochmal weil hier gibt es echt so viele Karten die ich punchen möchte äh Karten, Waffen aber hier gibt es da ja diese Perks nicht wie bei Last Stand ich muss hier unbedingt die ganzen Waffen punchen, Alter die ist so in der Kiste, die ganzen CRD4 Waffen ey soll ich Kaboom nehmen, weil ich brauch Punkte warte hier ist Teddy, vielleicht gibt der dir auch Punkte nimm mal Nix Okay ich nehme schon Ah doch, Double Points hat der gegeben Ah soll ich nehmen oder warte? Ja ja, ja nimm mal nimm mal Ok danke Klingt mal aber nur 400 hier oder? Leute wo ist Kiste? Toll, hier ist da hinten naja, da hinten die ganze Zeit schon jetzt nicht mehr hä 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 so geil man die M16 voll automatisch mit Tarnung gefällt mir das weil es muss hier 3000 es wird meine Lieblingskarte glaube ich also eine meiner Lieblingskarten ich will uns jetzt noch dieses Eimer lass uns mal einen überleben und ja jetzt mach ich mal meine Musik an also hier ist dieses komische MGM mit dieser komischen Platte drauf oh hier ist das Ding ey wie viele Lieder gibt es drei glaube ich ich weiß nicht wo die sind ich krieg meine nicht an Muni hab ich keine Chance ich krieg die nicht an die ist in die ist in so einem Auto drin ja hört ihr mir nicht zu oh Regan Hallo hört ihr mich doch ja ich hab doch gesagt Muni ja ich weiß aber eine Sekunde davor hab ich mir gekauft achso ärgerlich ich kenn das ich krieg die Mucke da nicht an das ist halt in so einem LKW drin lasst mal einmal suchen ey da hast du ein Teddy soll ich nehmen ja ja mach mal yo Geld für alle oh 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 das hat ein 800 das hat ein 817 gestand da glaube ich alter Jagger sieht ja immer richtig geil aus oh schwarz weiß ne wie Regan schießt war eh Geld weil sie Bombe aus das sind noch Mods oh eine Granate vor die Füße geworfen fast gestorben oh sind die stark die Granat leider nun jetzt habe ich auch noch diese Taktikgranaten die werfe ich jetzt mal mal gucken was die bringen na was bringen die was hast du Molotov oder was keine Ahnung was die bringen ach ja ich hab ja noch Affen achso geil die verschwinden alle boah sieht so geil aus wenn man die wirft heftig oh da hat jemand noch ein Päcke Punch gefunden ich hab einfach ne Granate in den Raum geschmissen okay oh nice er ist aber noch nicht offen ach in dem Raum er schmeißt einfach ne Granate oh hier ist Atombombe Leute ja kannst du mal kannst du mal nehmen gleich warte aber noch weiß jemand wo David Tab ist ich weiß nur noch gar nichts dass ich will erstmal meine Punkte machen damit ich mir auch wirklich alles leisten kann denkst du an deine Atombombe da ne wollte ich grad sagen ein Zombie bitte lassen geil leider und die Punkte werden auch noch so weiß angezeigt nicht gelb wie man es kennt boah weg die Katja ah ne MP5 ich komm jetzt mal runter dazu oh das sieht so geil aus alles das sieht alles so geil aus Alter das ist so heftig ja und ich kenn ich krieg die war so ihr habt jetzt schon zwei Päcke Punch Symbole ne yes genau geil mit AC OG Scope oh die Waffe ist kacke ey warte mal wo war denn das hier unten habt ihr eins gefunden oder was ja einfach auf dem Tisch der in der Mitte Tisch in der Mitte back dick jo stimmt wo denn seid ihr dann müssen wir jetzt mal da hinten gucken hab ich schon da hab ich auch nichts gefunden ach Hunde Raygun das Raygun ja hm 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 ich hab Angst und das ist voll geil gemacht mit den Tarnungen und alles naja ich weiß hab ich doch vorhin gesagt geil ich wollte nochmal sagen ja kann man auch immer das ist auf jeden Fall erwähnenswert das kann man immer wieder sagen wie gesagt der Designer hat richtig übertrieben Alter irgendwo hier muss ein Punch Symbol sein muss einfach der hat richtig gute Arbeit gemacht ja auf jeden Fall weiß wie viel Arbeit das ist ich hab ja gesehen ein Modder muss ja nicht oh ich werd sterben ein Modder muss ja nicht nur die Karte machen sondern auch das drumherum Alter ja Texturen und alles mögliche so blablabla boah boah wie viele Hunde oh drei Hunde noch nicht Manners ich hab keine Money mehr keine Money mehr ich renne gerade weg mit den Hunden ihr müsst mir helfen ihr habt der Legit Kiel ich komme nee hinter dir ist noch einer warte Töte ist ja bei mir gar nicht der Letzte muss ihn töten wenn das er wird mich töten ab ihn boah danke ja was in ihr Alter RPG hier ist Kistenspot warte noch nicht ihr könnt schlechtes Teil sein ah der oder den zum Anfang rpg ich meine einfach nur Granat vielleicht ich triff ja was ich mag es immer nehmen ach so ja ich bin jetzt ich stand gerade vor oder du ich hab ein Teleporter zum Linken gebracht äh man muss er dir nicht verlinken glaube ich bei ja man muss einfach reingehen eigentlich oh Gott naja bei Last Time Christmas äh musstest du ihn nicht verlinken konnten wir einfach reingehen ja dafür konnte man nicht zurückgehen ich bin doch so geil wenn ihr noch so gut an Spannschel in der Sitzung durch die Sitzung das wäre eine rechte Woche Nene mit der Kanzufe Reinhardt wenn das war der Däp und ich schießt die ganze Zeit nur einmal bei ihr für euch hat noch ich hab auch was soll er wird ohne Mainster aus sie er das haben wir schon die ganze Hecke sie in der Köln er war ich hab mehr spätchecker was bedeutet die 20 er habe ich auch gesehen auf dem Boden noch keine Ahnung nach Teddy es gibt es mir noch so das war jetzt ein zum er sei noch nicht so auch die Tests die neue Bewerbungsaufbau bei die anderen auch Teil 1 auch Teil auch nur für den Bord erschützt noch mit dem verlinken wollte wer ist da gerade reingelaufen wieder auch ist es doch bei mir Wir hatten hier die Raygun, Alter Was ist nochmal Blitz? Ah, ist jetzt eh weg Achso, ihr habt den Teleporter schon wieder aktiviert? Ja Ja, ich bin unterwegs Ich hab auch die Raygun, jawoll Ich feier diese Zombie-Karte so, Alter Das ist so normal, ich kann's gar nicht in Worte fassen Die ist so geil, Alter Die ist richtig geil, ich kann's echt nicht Kann ich den ganzen Tag zocken, Alter Da wird mir nicht langweilig bei Die HKG3 Manche Zuschauer fragen mich ja, ob es sich lohnt Sich World at War zu kaufen Ich kann immer wieder nur sagen, auf jeden Fall Ey Männer, die ganzen Symbole unten sehen richtig geil aus Auch Speedcaller und Double Tap Ja, die sieht richtig hammer aus Die ist ja immer noch Insta, ne doch nicht Nur weil ich Kopf getroffen hab Aber nicht sofort bitte durch den Teleporter durch Weil da muss man den ja jedes Mal wieder aktivieren Nur in ernsten Krisen Vielleicht wollen wir jetzt mal ein überlaufen Einnehmen lassen, und ich hab sogar was Teddy Wenn der mir jetzt ein Minus gibt Ah, jetzt ein annehmen lassen Da kann man mal Ah, okay, ganz in Ruhe, alles angucken Genau Ich bin 20 Ich meine, was liegt vom Anfang an, weil wir nichts anderes finden Ich komme nicht drauf Ja, was sind die alle Vielleicht vielleicht außer der Map irgendwo ging schießen denn Ja, könnt auch schon Eigentlich hab ich grad der Musik angemacht, aber er geht aber nicht Hier muss mal zu mir kommen Da ist irgendwas, guck mal her Da ist so ein Stein Nein Oh, den Der blinkt so mit so einem Ich hab gegen geschossen Das war der Meteorit, da bei der Brücke, ne? Ja Nein, 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 nicht bei der Brücke Ja, was ist Hier ist noch so ein Meteorit Denn hier war irgendwo so ein Eingang nach unten Hier zum Beispiel Ja, ich weiß, das ist da An den Meteoriten sind so Blitze Da ist Pack of Punch Warte, immer nur einer, Leon Du redest mal voll oft bei Leuten dazwischen Wie bitte jetzt nochmal Ja, das ist so ein grüner Stein halt Der die ganze Zeit mit so Blitzen drumrum Hier bei Legend und mir Ja, ich komm da jetzt mal hin Ähm, Manners, man kann die Musik nicht zweimal aktivieren Oder ich bin zu doof dafür, also ich hab X gedrückt Äh, X, F, F Jedenfalls, ähm, hier Kevin, das ist nicht so wie bei Last End Christmas Das Boeing Nave bekommt man einfach so als Messer Also nicht als Waffe Achso So, Manners, was meint ihr jetzt hier? Meteorit? Ja, hier ist einer Hier ist einer Ich hab schon jetzt zwei Meteoriten gesehen oder so Da Da Ja, aber die haben nichts zu bedeuten, glaub ich Ist der letzte, ne? Achso Ich crawl am? Ah, ne, der Padekton Na, ich komm jetzt mal zu euch Also such mal eh alles ab Ich weiß auf jeden Fall, dass der andere Letzte Pack of Punch Automat Was ist denn das hier? Achja, die Tonsen Ja, wenn ich lass den den Zombie zu dir, ja Weil ich brauch Kiste unbedingt Naja Also der Pack of Punch Automat, der kleine muss da hinten bei euch sein Auf der anderen Seite Dann schau ich ihn die ganze Zeit Dann schau ich ihn die ganze Zeit Vielleicht aber auch an Anfang, weil da war ja auch keiner Ist das hier Esmin? Äh, das geilste war, er wirft einfach rein fertig So, mal eben ein Schlückchen trinken hier Ih? Hier sind so ne Flaschen Ja, das sind Das ist Musik Ja, wo? Hier Hier hinten Ja, das ist Musik No Ich hab Musik angemacht Super Leon Das sind alle stolz auf dich Weiß danke Genau Jetzt müssen wir hier dieses Ding finden, Alter Das letzte Das muss doch hier wohl sein RPG RPG inbound Boah, keine Mucke Irgendwer hat sich grad hier Ne, hat nicht Was ist hier? Was ist hier? Ist hier gepunnt? Nö Das ist die Mucke Leute, sucht ihr? Ja Ja Hey, hier ist was aufgegangen Wo? Ich werd so drauf gehen, Alter Ja, toll Hä, warum? Wo bist du? Hier ist unten was aufgegangen, Alter Ach, hier? Ey, warum bist du draufgegangen? Ja, weil ich hier runtergefallen bin, ich weiß nicht Ich glaub, er hängt Hä? Ey, wir müssen raus hier, Alter Ich bin da runtergefallen Ja, das weiß ich eben nicht Ey, wir müssen rauskommen Hier ist ein Teddy Ich hab nen Knopf gedrückt Ja? Toll, Alter Ich bin gestorben, Alter Wie ärgerlich Ja, Wenn, was ist das? Escape, Fragezeichen Spiel verlassen Wie, Escape? Das Spiel verlassen Lol Wie viel krumm Wenn sich hier alle reinstellen Alle vier Spieler Dann verlassen wir das Spiel, glaub ich Aber das wollen wir auf jeden Fall nicht, Alter Wer weiß Ärgerlich, dass ich jetzt gestorben bin, Mann Es war so ärgerlich Ganz tot oder einfach nur tot? Einfach umgepickt Alter, voll nice Ich war K.O. Weil ich da reingefallen bin So, Jungs, ich benutze den Teleporter, als ich wieder am Anfang bin Atom Ich komm mit Kevin, ich komm mit Ja, ja, komm Musst ihr auch Jugga holen? Ja Aber was anderes gucken Na gut, Escape Game Das war ja... Die Sache haben sie ja bei Last Stand Christmas auch geschrieben Dass wir hätten das Spiel beenden können, aber Da wusste ich das ja noch nicht Warte, lass mich noch eben einmal an die Kiste gehen Chillt da, chillt, chillt Ja, ja Let's go Ja toll, Alter, ich hab... Ach, ich hab das wenigste... Ach, komm Was? Hä? Ich bin nicht mit! Doch Alter, ich war mir halt in so'n Schwarzen Na, ich muss hier eh Punkte machen, könnt ihr mal weg Weck dich? She likes Teddybears, Alter Er macht Punkte, hat er gesagt Ich guck hier noch ein bisschen Ich warte, hier müssen ja gleich irgendwo welche spawnen Sag mal, ist das jetzt hier diese Laserwaffe? Na toll Tesla, ja Nee, aber ich kann die punchen Keiner Ich hab mir grad am Anfang die M1911 geholt Ey, das war der letzte? Jawoll Wo war der? Ich glaub schon Nein, wo war der? Keine Ahnung Wer hat den denn aktiviert? Das hab ich glaub ich gemacht Schon wieder Korrekt, mit ner Granate wieder Ja, korrekt Irgendwo hier auf der Po Ja, ist doch gut Alter, das hat irgendwas mit den Steinen auf dem Tisch zu tun Ich hab da drauf so ein Ding geknissen Drei Steine sind da Drei Steine sind da Hunde und Zombies, ne? Nein Doch Aber die Kacke ist, Alter Ich hatte so scheiß viel Geld und alles weg Alles verloren durch diesen scheiß K.O. gerade Rett mich richtig auf, so ne Scheiße Also wieder einen Zombie leben lassen Mhmm Feuerwerk Boah, was für ein Feuerwerk, Digga, schon Ah, ich kann's mir immer noch nicht leisten Tot, 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 tot Tot, tot, tot Nein Was hab ich denn noch? Achso, die Pistole Ja, ja, komm Stopp's halt nochmal mit der Regan Oh, meine Fresse, Alter, ich dachte grad ich geh drauf Ich kann's mir einfach nicht kaufen, weil da wollen die mich flachsen hier So, die Zombies fressen jetzt erstmal ne Granate Oh, ja Oh, ja Oh, na, na Ich glaub wir können jetzt da runter, ne? Oh, Zombie Ja Geil Voll geil diese Taktikgranaten Geil Hä, wo ist hier Päckepunch abgefunden? Hä, warum ist hier denn so stark, Alter? Geil, Alter, das Kennt ihr das nicht, oder wie? Das ist genauso wie bei Last Christmas, wenn man nicht draufkommt, ich weiß das nicht Menos Menos